Hallo liebe FCK-Fans, wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auch heute können wir wieder was gewinnen, nämlich diesen tollen Bademantel hier. Und für alle Fans, die heute leider leer ausgehen, ihr könnt ihn natürlich auch für 40 Euro bei uns im Fanshop erwerben. Also frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr und Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.